Geil! Die Gäste ist immer noch bald. Ja, die Lüben hat uns einiges an. Und das ist schon mal eine Woche. Und das ist auch so. Also ich glaube, es hat doch jetzt schon fast zwei Waffen. Ja, das ist ja auch zwei. Direkt geht es. Vielleicht geht es morgen als erstes raus. Letztendlich kann ich das nicht. Was jetzt ist die Waffe jetzt? Und die beiden? So ist es auch. Oh, das ist doch schön. Danke. Schon ganz heimlande. Ach, du müsst ihr nicht vorhisch jetzt fallen. Hallo? Das habe die Gäste noch nie gemacht. Jörner, jetzt springen. Jetzt warten. Merda. Merda. Ja, komm her. Ja, komm her. Dann werde ich den Regen machen, aber gut passen. Schau es mir nämlich auch schon mal an. Schau es. Schau es, die Kleider sind. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Wobei, andererseits, so wie das, wenn man nicht stundenlang aushält, sondern halt nur... Ja, genau. Ja, aber ich meine, hier mit denen... Das ist das auch. Und ich habe... Jetzt auch. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, es läuft nicht da hinten. Ja, ich habe ja die Tonie, die die Tonie... ... und die ganzen... ... und die ganzen... ... und die ganzen... ... und die ganzen... Ah, schön. Ja. Ja, ja. Romy ist es. Romy ist es. Romy ist es. Romy! Wie wirklich? Romy! Romy! Halleluja! Ja, bei uns war ja letzte Christine zu wissen. Ach, mit denen... Das habe ich gesehen. Die hat ja auch... ... der Jungs, gell? Ja, ja. Ach, mit Brunschel lang! Ach, mit Brunschel lang! Echt? Ja, aber das ist doch cool. Langsam irgendwie. Das machen wir den beiden Mädels aufrufen, nur mit dem Schlafen.